Ja Freunde, wer hätte gedacht, dass es hierfür noch so viele Parts gibt? Hätte ich jetzt eigentlich auch nicht damit gerechnet. Was, 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 was? Die Sprinten-Taste spinnt schon wieder. Was? Ich glaube, ich war ein bisschen zwischen den Geräten. Okay, ich muss einen Safe-Stater setzen. Es wird wohl nicht so einfach werden. Okay, wir nehmen es gleich ganz einfach hier. Und? Aber wir haben unendlich viele. Okay, wir haben nachher unendlich viele. Ein bisschen Leben brauche ich vielleicht. Der leuchtet so schön, finde ich gut. Der macht mir gut Licht. Was zum? Wo war der auf einmal? Der war ja ganz so anders. Okay, der ist auch derjenige, den ich erwartet habe. Ähm, da war noch ein Headcrap an dem. Okay. Damit war ich jetzt gar nicht vorbereitet damit. Mit so einem Mist hier. Was war hier gewesen? Ach, hier war unendlich viel Granaten. Ah, ich muss eine Granate da hinwerfen. Ich komme da gar nicht rein. Alles klar. Das wusste ich eigentlich auch schon vorher, warum. Ah, das war nicht mal so schlecht. Bam! Okay. Hihihihi. Scheiß Zweider. Äh, nicht Zweider. Stalker. Ja. So. Wurde ich gerade mal kurz unterbrochen. Ähm. Wir gehen jetzt nochmal ganz normal dem schönen Weg, den wir hier auch schon zu sehen. Was? Was zum? Ich will... Die... Fuck her. Danke. So. Ich vermute mal, das sind von den Ameisen. Die Höhle. Die Höhengänge. Was? 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 Habe ich die Feuer mit der Fackel? Ach ne, das ist ne... Ah, alles klar. Es ist ein Spalt. Die Feuer mit der Fackel abgeworfen vorher. Sehr gut. War alles geplant, wisst ihr. Ist immer alles geplant bei mir. Ich lasse es nur so aussehen, als wenn es nicht geplant wäre. Ist er? Okay. Ich bin erstaunt. Also, ich hab mit... Mit so viel Content gar nicht mehr gerechnet. Ist ja fast so viel wie die fertige Mod selbst. Ja, ja, wie es jede Kugel daneben ging eben. Das sah sehr schmerzhaft aus. Und von wo kam jetzt die Geräusche auch über mir. Und... Jawollah! Hahaha. Perfekt. Das war natürlich nicht geplant. Nur die tollen, supergeilen Sachen sind immer geplant, ihr wisst schon. Aha. Yeah, wir haben wieder Licht. Und es kommt gleich ein Stinky mit rein. Ich guck mal nochmal ganz oben. Da könnten es doch noch ein paar tolle Samen finden. Jetzt haben wir schon zwei Pillen, glaube ich. Ah, das ist eine Vergoldung. Ah, ich dachte mir, dass du noch ein Leben bist, weil ich dich gar nicht getötet habe. Ach, das ist egal. Wow, wow, wow. Äh. Und? Stirb doch einfach nur. Oh, Alter. Oh, 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 oh. Too much damage. Gut, okay. Ähm, ein paar Schuss noch. Oh ja, und eine. Ach, verdammt. Und jetzt noch ein bisschen SMG. Sehr schön. Und wir haben hier noch ein Leben. Das war ja fast voll. Toll. Hat ja den irgendwie nicht gebracht. Okay, der sein kann. Ach so. Oh, jetzt schrot aus der Entfernung, wollte ich gerade sagen. Rinsen ist aber, naja, doch ein bisschen schon. Okay, wir müssen hier lang. Aber mich interessiert auch, was, was, was hat er, was hat er, ach so, einfach nur Luftblasen. Ich wollte schon sagen, was kommt da helles hoch? Oh Gott. Ähm. Okay, okay. Okay. Okay, das hat gesessen. Hallo. Und? Ja, gar nicht mehr so schlecht. Oder vielleicht auch nicht. Ich wollte ja einfach nur mal so tun. Okay, da oben können wir auch nicht langen. Toll. Die sind einfach nur super. Also ganz ehrlich, ich erwarte hier eigentlich recht buggier Levels, aber so richtig verbuggt, so wie die das hier beschrieben haben, ist das gar nicht. Bisher ist alles noch alles ganz schmaufte. Oh ja. So. Mhm. Okay. Ah, jetzt kommen leere Räume schon langsam. Das Ende ist gut. Nein! Nein! Das ist ja cool gemacht. Nein! Oh, schade. Lustiges Ende finde ich cool gemacht. Sieht ja aus, ey. Nein! Wieso nein, Wayne? Das ist witzig. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, mit diesem Ende, das passt einfach so perfekt. Das wird noch in den nächsten Part mit reingeschnitten. Und, äh, ja, ich würde sagen, das war es jetzt wirklich für dieses Projekt, ähm, von, äh, was war das jetzt? Räume war der Vorgänger und, äh, Eye of the Storm. Ich muss sagen, die ganze Serie ist gut gelungen. Schade, dass sie natürlich nicht weitergemacht wurde. Ähm, ja, okay, aber das ist, die sind die nicht die einzigen. Ähm, aber egal, es kommen noch andere tolle Projekte und, äh, ja, freut euch drauf. Also, bis zum nächsten Projekt. Und ich freue mich über jedes Kommi, über jeden Like, den ihr mir gibt. Ähm, also, fleißig, seid fleißig. Tschau. Ah, nee, 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 da verabschiede ich mich schon die ganze Zeit. Da fällt mir noch was ein. Nee, nee, noch nicht Ende. Weil ich hier gerade auch rausgehen wollte. Bonus Maps. Da muss ich mal kurz gucken. Bevor wir das jetzt hier noch, ähm, so rausgehen, weil, wenn wir schon Bonus Maps haben, warum soll ich die nicht spielen? Ich habe total vergessen. Mann. Also wird es dann wahrscheinlich doch nicht in den nächsten Part mit eingeschmitten. Kein Problem. Oh ja, oh ja. Das ist sehr geil. Sehr geil. Achso, darf ich auch dich töten? Ach, alles. Ey, cool. Ey, zum Glück habe ich das noch gesehen. Ich muss alle G-G-Mans töten hier. Oh mein Gott. Was ist zu? Was war das? War das der Lauf, äh, der, 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 wie heißt der Scheißwürfel nochmal aus? Ähm, Scheiße, ich muss mich konzentrieren auf das Portal. Verdammt. Ich muss mich konzentrieren auf alles mit Dauerfeuerschießen, weil, also nicht irgendwas. Oh. Hallo. Nein, 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 er stirbt. Oh, ich wollte gerade sagen. da vorne ist wieder ein G-Mann und auch in dem Haus habe ich das gesehen. verdammt. Jetzt beschießt mich dieser Vollfasten da hinten. Und ich habe kein Ziel. Verdammt, ich kann nicht wollen. Egal. Ah, ich habe dich fast übersehen. Okay, okay. Okay, cool. Okay, das zieht sich vielleicht doch noch ein bisschen hin. Oh ja, das war nicht schlecht. Oh, Gott, oh, Gott, oh, äh, würdest du? Nein, würdest du nicht. Ah, verdammt. Verdammt. Ich muss aber auch Sachen hier zerstören. Ist da oben irgendwas besonders? Keine Ahnung. Ich werde dauerbeschossen. Oh, Gott. Okay, ein bisschen Ruhe. Da hinten ist bestimmt irgendwas. Oh ja, oh, das war gut, das war gut. Oh, Geschütze. Okay, okay. Oh ja, geht down, geht down. Oh Gott, verdammte Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße, jetzt, jetzt, jetzt geht es mir aber an die Eier. Oh, bitte nicht. Ah, Mist ey. Scheiße, nicht schlecht. Mal jetzt nochmal? Das war cool. Ich würde es gerne nochmal probieren. Ah, okay, ich darf, hallo, das geht ja wohl nicht. Ach, da kommt es mal, da oben war noch ein Doppel. Oh, 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 ich darf gar nicht so. Okay. Ich würde es gerne noch einmal probieren. Einmal. Freunde. Das zählt sich wohl dann noch ein bisschen hin. Einmal würde ich sagen. Dann hätten sie aber mehr Safe States irgendwie mit einführen sollen. Sozusagen, wo man nochmal Leben sich holt. So, jetzt konzentriere ich mich mehr auf die Konzentration. Ich hätte echt einen Crosshair gebraucht, finde ich. Ich weiß gar nicht was. War hier auch ein Crosshair dafür? Egal. Okay. geschissen auf den Crosshair. Okay, okay, dich muss ich als erstes hauen. Du bist als nächstes dran. Und... immer schneller schießen. Verdammt, da ist es Kackvieh. Stimmt. Okay. Okay, das war nicht mal so schlecht. Da hinten ist noch etwas. Jetzt muss ich aufpassen. Hier kommen, glaube ich, noch mal... Jetzt kommen hier gleich diese Scheiß... Man-Hacks. Hallo. Geht doch. Okay, rauf, rauf und zurück. Genau. Das sieht doch schon mal ein ganzes Stück besser aus. Haben wir nicht Man-Hacks? Oh ja. Das war knapp. Oh Gott, ich hab's schon wieder nicht gescheckt. Und die haben mir nämlich ganz schön die Eier rasiert. Fuck, Viecher. Okay, sieht ganz gut aus. Ah, gegenlenken. Okay. Puh. Geschütze. Okay, okay. Ey, es macht Fizz, muss ich ehrlich sagen. Echt cool. Okay, 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 okay. Na, 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 na. Das Boot einmal gegenzulenken ist assig. Aber es geht. Hallo. Geht down. Danke. Oh ja. Oh Gott. Gott, 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 Gott. Ah, da ist doch was. Verdammt. Und das, das komische Ding. Ja. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nicht das, was ich dachte. Das sind irgendwelche komischen Würfel mit Augen. Ja, 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 da ist das Ziel. Bin ich tot sonst hier verreckt worden? Anscheinend. Toll. Oh Mann. Wie schlecht. Zum Glück habe ich es nochmal gemacht. Ja, das war einmal so übel, würde ich mal so sagen, oder? Kommt da mal was? Nee. Was? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz das gucken. Ich sehe die Uhrzeit nicht. Ah, doch. Es ist gleich der Part vorbei hier. Verdammt. Ist das nicht denn ihr Ernst? Es geht hier doch weiter. Oh mein Gott. Ich speichere mal kurz hier. Also Freunde, das kommt doch noch ein bisschen hier. Ist ja witzig. Cool. Ich speichere mal hier. Und fahre schon mal los. Oh Gott. Du wirst sterben, oder? Ich werde sterben. Scheiße. Oh ja, das ist geil. Ja, das macht mir auch wirklich mal Spaß. Würdest du bitte vor meiner Waffe wieder fliehen, wäre ich dir sehr verbunden. Ja, da schießt genau dann. Ich habe die gleiche Waffe, mein Freund. Das war jetzt mein Ziel. Yeah, geil. Das war sozusagen, ah, alles klar. Das hat genau reingepasst. Und der nächsten Part, Freunde. Ja, genau. Jetzt ist der Zeit. Im nächsten Part gucken wir uns Bright Fight an. Ne, Bridge Fight, Entschuldigung, ich kann nicht lesen. Und den anderen Teil. Und, ja, freut euch drauf. Ich finde es noch interessant, würde ich so sagen. Dann beginnt erst die nächsten Projekte. Also, Freunde, ciao. Ich weiß halt nicht, ich kann es mit activitiesы Wiehe assure ich. Wieheór, die in der . – Vielen Dank.